Musik 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 Wollen wir einen Ort wo ich sterben kann Geh mal sterben Alles ist gut mit den Kriegen Nein Was machen wir so später in der Zukunft Fiekern Fiekern Was ist dein Beruf? Fieker Test Fieker Test Fieker Test Fieker Bitte zum Raum 2 Meine Fresse Die braunhaarige kleine wäre wieder frei Die möchte da mal wieder helfen Die muss mal wieder hier so Ein auf Chokobo machen Mit Textpause im Puff Ah ich will doch nur ein Kaffeefabrik Tee Pause Jaja Alter ich schmeiß gleich mit meinen Kartoffeln rum Deutsche Kartoffeln Ich stell das gleich in meine Hand und ich weiß nicht durch mein Zimmer Was? Was? Also ich Ich weiß einfach mal Das ist Kacke Ich ertrinke Oh ja Ich ertrinke indem ich vor dem Wasserfall stehe Soll ich mal die andere Soll ich mal den anderen Lösungsweg vorlesen? Ja wenn du es übersetzt Wenn ich es übersetze Live übersetzen ist nicht so einfach Lesest du erst durch und übersetzt dann Marco bist du nicht gut in Englisch? You can get the wool if you get the blocks Du kannst die Wolle bekommen wenn du die Bücher bekommst So Hey Bücher Du sagst Blocks und übersetzt Bücher Books Books nicht Blocks Leute Ich brauche ein Päuschen Ja Hau ab Äh Notice the titles of the books Wir sollen uns die Namen der Bücher 1C 2C 3C 4C Und bis 6C Ja so verkehrt So Das haben wir gewonnen This is directly rated the code room on the 5th floor Ja da waren wir auch schon drin Ja Aber ist es alles C oder wie? Ja Ey warte mal ich habe auch D oder Ne warte mal E Secret Plans C Und S habe ich Marco Das was ich jetzt hier mache Das was ich jetzt hier erforsche Ist im Namen der Wissenschaft ok? Du willst sterben Nein es ist im Namen der Wissenschaft Und Und Ah ja ja Nur kurz Na hab ich das eben schon War so ein richtiger Brummer Das ist Loser 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 Wo Wo Eben wo Stöller und Y Boah Na ich hab da Sag gesagt Werde ich auch so langsam aber sicher wahnsinnig Wenn ich nur langsam Ja 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 Ich hab das Ja 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 Das ist Eine umgedrehte Vergammelte Monaco Flacke Flacke Ja Die sind an der genau der gleichen Stelle wie wir Pappen verblieben Wie heißt dieses Ding hier eigentlich Diversity Ja Weiter Das was wir gerade machen 2S Das heißt Diversity Und das ist ein Escape irgendwie Alter das leckt gerade Okay das leckt gerade wirklich Wieso leckt das so Warte mal Wieso mach ich das nicht einfach so mit dem Mikro Hilfe Marco geh mal Geh mal kacken Ey ich bin noch mitten in der Aufnahme Ich kann ja nicht kacken gehen Nimm das Mikro Alter Marco das ist unhöflich Da hast du doch meines ist es schon mal gebracht oder War da nicht mal Mit dem Mikro kacken gegangen Nee ich war nicht Oder Wieso gehst du mit dem Mikro kacken Ich will die Mikro Mit dem Mikro ja sicher Wirst du was hast du denn geh scheiß mit dem Mikro Ähm Hier war nur der Dings drin genau Hobby scheißer Kann man als Beruf Hobby scheißer werden Du schon Ja Du schon Du bist ja für die Zeit scheißen zu gehen Boom Ey ich hab den Raum auch mal gefunden Hehehe Wir sind so stolz auf dich Nein Was Warte mal Hä 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 Was Ich hab definitiv keine Idee mehr Ich werd mir jetzt auf jeden Fall hier Ey alter wo ist der Raum das ist so billig Wo ist der Raum Irgendwo anders Ich weiß nicht mehr wie wir da hinkommen Das ist das Problem Ja damit verbrenne ich jetzt mal kurz Nein du kannst ja auch nicht verbrennen Weil du schwans immer in dieser Etage Soweit ich weiß Mir egal ich will den scheiß Raum finden Ah ich hab den Weg nach oben gefunden Ich bin anders jetzt zu wissen Kevin Ja ich hab ja gerade was kaputt gemacht Äh Toll Im äh im fünften Stock oder Die gehen gar nicht auf die Tür Schade Ey ich hab den Raum gefunden Die bitte ich mal zu mir Wie heißt das Wort? Ich konnte Ah ich komm nicht weiter zurück Wie heißt das Wort? Ne das ist nicht einfach ein Wort Pass auf Endlich Scheißpapier Oder im Toilettenpapier Ah Kevin lass es doch einfach mal Ja Blöde Kuh Nein Und Ist das fast was Papier 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 Soll ich da noch mehr Papier reinschmeißen? Äh Wo kriegen wir Level her? Ich hab nur 101 Dann geh mal dahin Nimm den Papier Und schreib in dem Amboss Benenn das Papier um in Escape Hatte ich glaube ich schon mal versucht Dann benenn es um in äh The The Code Hab ich auch schon Versuch es einfach mal Hab ich schon Ich hab's Escape Escape Wieso hat das gerade nicht? Halt das guck ich mir im Video an Ich habe definitiv Escape versucht Dann hast du es falsch angeschrieben Ach scheiße Okay dann wären wir nämlich jetzt schon von einer bestimmten halben Stunde weg gewesen Okay No Gay Gays No Gays alone Und wir haben Escape geschafft Ja Und das Boss Battle Ist dann nur noch und dann haben wir es Das machen wir aber am nächsten Mal Das machen wir in der nächsten Aufnahme Und dann haben wir die Map nämlich endlich mal durch Danach kommt ein stumpfes Jump'n'Run würde ich sagen Nein Ich hab ein richtig geiles gefunden. Da hab ich sogar mit dem Ball verschießen. Wir haben jetzt so ein schwules Blau gekriegt für Escape. Was willst du denn haben? Sollten wir dann nicht abmoderieren? Ja, könnte man theoretisch mal machen. Ich seh euch übrigens alle nicht mehr. Ciao. Haut da rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten. Tschüss. Bis, Denny. Aufnahme von Diversity. Hallo. Haha. So, ja, heute machen wir nur noch das Boss-Battle oder wie das heißt. So, und da wollen wir doch jetzt auch mal ganz schnell hin. Wow. Ich seh dich nicht. Du bist so schlecht. Kannst du mal aufhören? Ich seh dich nicht. Alter. Meine Fresse, ey. So, du bleibst jetzt da unten. Nein. Du bist so blöd. So. Geh open. Äh, geh ab. Instruktion. Instruktion. Warte mal, Instruktion. Warte mal, Instruktion. Da drücke ich mal drauf. Ich hätte dir aber langweilig an. Warte mal, Halt. Hast du da jetzt irgendwie schon was gestartet? Das wäre nämlich irgendwie gerade mal scheiße. So, noch ein Ersatz-Dia-Schwert. Ey, und noch ein Ersatz-Dia-Schwert. Nein, nein. So viele nicht. Okay. Das muss reichen. Warte mal, hast du den. Hast du da jetzt irgendwie... Halt, warte mal. Ach, guck mal. 120 Level. Da können wir nochmal verzaubern. Ich dachte, zaubern, das ist ganz gut. Das ist ein guter Boden. Ach, kacke. Ich brauch jetzt nur noch ein paar. Aqua-Affinity. Protection. Oh, Protection. Protection. Last Protection. Warte mal. Jetzt. Warte, lass es, lass es, lass es erst mal eben. Unbreaking und Protection, Protection. Ich geh keine Level mehr. Fire Protection. Also, das brauchen wir neu. Hä? Oh, ich hab auch keine Level mehr. Ich wollte gerade nämlich sagen. Hast du, hast du gerade da drauf gedrückt, oder was? Oh, du Vollhorst. Nein, ich hab hier Instruction drauf gedrückt, du Pfeife. Ja, du Pfeife. Meine Fresse, ey. Warte mal, halt. Nee. Wo ist denn jetzt dein Problem? Hä? Ja, ich wollte noch mein Schwert verzaubern. Oh, jetzt hab ich ein komplett unverzaubertes Schwert, du Affe. Ja, ich hab auch eine komplett unverzauberte Rüssi. Ah. Meine Fresse. Wie kann man denn jetzt... Ja, das nervt mich nur gerade, weil du wieder so scheiße schnell bist und dann wieder nix klappt hier. Marco, 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 Marco. Ich hätte das gleiche, du Pfeife. Ich konnte das auch nicht. Dieses Day-Zippe, wa? Weil ich den da gerade gespawnt habe. Du bist so blöd. Weil du Pfeife ja wieder so schnell bist, nix hinkriegst. Ja, ist klar, ist klar. Ist klar. Ist klar. Oh, jetzt bin ich gleich tot. Oh, jetzt bin ich gleich tot. So, Ende. Geh rein. Ja, warte mal. Okay, halt! Lass es! Ah, du Vollarsch! Meine Fresse, ey. Ich glaube, die letzte Aufnahme passt in eine... Dings, oder wie? Hat sich irgendwas geöffnet? Ja. Hat es sich. Hehehe! Hast du die Wolle? Ja. Und wir haben die Versity durch! Äh, aber nur so eine Frage. Wie haben wir die letzte... Wie haben wir diese... Wie haben wir Escape gemacht? Hä? Wie haben wir Escape gemacht? Escape haben wir doch hinterher noch nachgeguckt, hatte Dings doch. Und da wollte ich nämlich noch nachgucken. Weil ich meine... Also es war ja das Wort selber, Escape. So, und ich meine, ich hatte das auch eingegeben. Ob ich mich da irgendwie vertippt hatte. Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Weil das hatte ich nämlich schon bevor... Bevor wir irgendwas gemacht haben. Ähm, gemacht. So, trotzdem. Wir haben jetzt, würde ich sagen, mal alles durch. Ach, guck mal. Hier geht's ja runter. Ja, wir sind... Wir sind gut. Ich mag was gut. Ich... Finale. Ach, kacke. Ist noch ein Finale. Ach, guck mal. Wie dachte ich, hab' gefallen? Nein! Oh, jetzt bin ich total gefallen. Hahaha! Zieh! Oh! C-U-N-G C-U-N-G Spoiler nicht. Spoiler nicht. C-U-N-G C-U-N-G R Ach, Congolation. Ach so, okay. Ja, dann... Ne, passt. Wollte mir das Wort nämlich gerade schon aufschreiben. Ach, guck mal. Die scheiß Dinger kennen wir doch noch. Hehe. Boah, das war zu kärmig. Wobei mir dann gerade mal einfällt, dass dieses scheiß Geräusch viel zu laut eingestellt ist. Interessant ist, dass das zu playert. Boah, wie lange ist denn der Scheiß? Mal, hör' ich deinen In-Game-Zorn noch? Thanks for playing. Oh oh. Fuck. Feuerwerk. Scheiß, wie war dieser scheiß Kurve? Ey, das sieht wirklich cool aus von mir. Da fehlt was. Ne, da fehlt doch nichts. Diversity! Haha, wir haben es ja tatsächlich mal durch. Ich glaub's ja nicht. Ja, okay, dann hoffen wir mal, dass diese... Ja, ich bin jetzt hier oben irgendwo gespawnt. Mit perfektem Blick auf den Diversity-Schriftzug. So, und das war's dann... Haha. Oho. So, das war's dann auch mit dieser LP-Reihe von Diversity. Als nächstes kommt wahrscheinlich eine Jump'n'Run-Map. Dabei können wir dich höchstwahrscheinlich nicht unbedingt so verscheißen. Klar, wer will verscheißen bei Jump'n'Run? Das war's dann so scheiße, ey. Ich fäng dich. Haha. Ich weiß ja, wenn du das... Ach ja. Haha. Ich fäng dich. Ich fäng dich mal aufhören zu lachen. Nein! Ja, ist gut. Ich bin gut. Nehmen wir noch auf. Ja, wir nehmen noch auf. Ja, okay. Ja, wie gesagt, wir hoffen, wir haben's euch gefallen. Genau. Seh ich auch so. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Also, abonniert. Wie gesagt, nächstes Mal kommt ein. Und wenn nicht, dann fickt euch. Ja. Ne Mako? Sicher. Hahaha. 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 So, und das war's dann auch. Okay. Denne. Haha. So, scheiße. ữab Vielen Dank.